freunde schön dass wieder dabei seid ja benzin rammstein ja mal wieder ein neuer duft aber hier mal anders also schon mal geile uvp das muss ja mal gesagt werden sehr nice sehr cool und ihr wird gleich auch die flakon sehen aber ich muss eins vorweg sagen die 5.0 bewertung die ich so im internet lese also ich werde euch ja gleich den duft vorstellen natürlich wird es menschen geben die diesen durch nicht mögen werden ganz klar so ganz klar aber es gibt auch leute die die lieben werden und ich werde auch sagen warum dieser duft gut ist und ich werde auch sagen warum der schlecht ist aber eine 5.0 bewertung ja muss ich nicht viel zu sagen das sagt glaube ich alles und wer ein bisschen nachdenken kann weiß warum die 5.0 bewertung ja so da steht war egal finde ich nur schade dass ein duft ich kenne ihn jetzt so schlecht gemacht wird und ich finde das wert diesen duft nicht gerecht und ich werde euch jetzt sagen warum falle neu mein name ist dennis aka frage ganz hamburg aktuell allerdings auf sylt benzin so erst mal wie gesagt gerne verkommen und jetzt schon gleich gemacht also ich muss sagen das ist nice gemacht gute idee aber riecht dieser duft auch nach bands beziehen so das ist die frage ich werde jetzt mal die uvp die dort hinten verschwinden lassen so benzin so ja vielleicht ist das ein bisschen störend kann man so sagen ihr seht das ist ziemlich fest dran also ihr müsst ja es ist bisschen nervig so sprühen funktioniert aber auch so der sprühe ist ganz okay gab es aber auch schon besser so der duft also gleich mal vorweg es ist ein männer duft definitiv ein männer duft so ich sage ja immer frauen tragen viel die männer dürfte und können auch viele männer dürfte tragen bei denen könnte es ein bisschen schwierig sein so und ist es auch vielleicht ein bisschen ich bin auch der meinung ist nicht unbedingt ein duft für frauen so warum also erstmal ist ja an anfang ich finde er riecht als wenn man so er geht ja oder wir sind ja jetzt im herbst und wenn man ja sag ich mal den ofen anschmeißt und so ein bisschen so räuchert oder ja dass das holz reinwerft in den ofen so richtig dieser duft auch bisschen verbrannt und im background so ein bisschen nach benzin ein bisschen ist schon da er beinhaltet definitiv es ist rauch ich aber er beinhaltet nüsse auch so weihrauch leder jetzt überlegen konjak rum biebergeil und wie wer so also ihr merkt ihr die inhaltsstoffe das ist schon hart und der duft ist auch am anfang sehr hart aber nachher in der oder ja ich würde schon sagen also die kopfnote ist wirklich das muss man mögen ich finde es nicht schlecht es ist was anderes weil dieses rauchige wie gesagt als wenn ihr euren ufer anschmeißt das hat was plus dann nachher in der herz note und in der in der basis note in dry down ist dieser duft erstrahlt männlichkeit aus holzigkeit leicht rauch ich stark also das ist ein duft der ja er fällt auf er fällt definitiv auf so eine art duft habe ich in meiner sammlung nicht und ich habe fast 1000 dürfte so also ich persönlich und nicht weil ich rahmenstein fern bin der ersten stunde es ist ja schwer ich habe ja gesagt ist es der beste oder es ist der schlechteste also in meinen augen ist es jetzt nicht der schlechteste ich finde er geht mit oder ich habe ihn bis jetzt eine 9 gegeben ich überlege ich das ist der kommt immer so rüber und ihr habt wirklich diese männlichkeit dieses heutzige dieses biebergeil ist natürlich auch ein bisschen drin dieses verruchte männliche dreckige ein bisschen dann wie gesagt wie verrauchte dann merkt ihr dieses nussige und dann habt ihr dieses cognac und whisky style wäre natürlich kein cognac mag oder keine whisky mag da kommen wir jetzt zu den bewertungen er hat doch keine ahnung wie das ungefähr riecht den cognac in holzfässern greife beziehungsweise auch der whisky denn es ist ja da will ich jetzt nicht darauf eingehen alles wenn ihr whisky verwendet oder auch also wer whisky fern ist beziehungsweise cognac rum kann ja bis nicht drin wie ich weiß nicht ob ich auf cognac kommt sorry noch mal alles zurück ich meine natürlich rum whisky wer weiß wie so rum gelagert wird wer weiß wieso ein whisky gelagert wird und wie das riecht und schmeckt der versteht diesen duft aus ein duft auch sorry also für leute die rum whisky mögen rauchlich mögen stark männlich mögen der duft ist für den perfekt also ich muss sagen es hat allerdings nicht dieses nicht der typische perfumierer gemacht das hat ein anderer perfumierer gemacht und aber ich muss sagen ich finde wirklich sehr sehr gut und wenn man sich dann die uvp noch mit anschaut muss ich sagen hut ab richtig nice das bild hier aber ich meine natürlich auch ja also ich bin ich muss schon sagen es ist ja es ist der feurige benzinduft also wie gesagt benzin schwingt am anfang so ein bisschen im background und sagt auch meine frau und aber nachher ich sage euch auf der haut in dry down ganz ehrlich ich sage euch an würde da nicht rammstein daraus stehen oder er kennt auch irgendwas anderes oder es ist ein drogerie duft 39 euro übrigens zehn euro günstiger als anderen wenn da was anderes drauf stehen würde wenn es ein nischenduft wäre würde keiner kriegen und keiner was sagen alles sagen der hat mal was es gibt immer leute also für leute die was rauchiges nicht biebergeil die rumnoten und all das nüsse wird wer das alles nicht mag dieses starke verruchte der wird auch dann sagen das ist nicht gut der ist der ist mir zu viel ja das gibt es ich glaube dieser duft entweder liebt man ihn oder man hasst ihn aber von haus aus diesen durch schlecht zu reden und ich habe gelesen was da manche schreiben ganz ehrlich das hat mit diesem duft denn auch nichts zu tun und da kommen wir dann wieder dazu und entlassen wir es so stehen der duft ist aber für mich persönlich ist er sehr sehr geil also ich finde ihn mit einer der besten von rammstein ich habe alle ich habe alle rammstein dürfte und außer zwingen den hatte ich mal dem werde ich mir eventuell wenn es ist jetzt nicht so wichtig noch mal holen aber sonst ich habe wirklich alle und ich muss sagen ein richtig guter duft der übrigens seine acht stunden hält und die erste oder die ersten zwei drei stunden gut ausstrahlt also ich habe auch gelesen dass er schwach sein soll also glaubt das nicht glaubt dass alles alles bullshit da so es ist ein guter duft wer auf solche dürfte steht wer nicht auf solche dürfte steht der kommt an diesem duft nicht ran aber eine halbbarkeit von ich weiß nicht weiß ich von 32 ist es quatsch der hält also ist es haut natürlich von haut zu haut anders aber bei mir hätte acht stunden und hat eine gute ausstand die erste zwei drei stunden der werde dann natürlich war ich hautnah aber er kommt immer ab und zu riecht ihn und dann richtig dieses er kommt für mich persönlich auch noch was frisches so ein bisschen frischer hat so einen männlichen touch wirklich dann geht das rauchige weg ihr habt aber dann dieses lustige rum whisky style so dieses benzin style dieses ganz extrem rauchige das habt ihr am anfang chemie oder was ich gelesen habe ist absoluter blödsinn in meinen augen und so weiter aber das guckt selber ich finde ihn wirklich geil so mehr kann ich nicht sagen mal wieder in ranz stattdurch aber wirklich ich finde wirklich gut dieses nussige dieses nussige was ihr da habt das gefällt mir so und wenn ihr dann dieses heutige nicht mehr denn rauchige aber denn dieses ich mache ja auch rum whisky so natürlich muss man das mögen und das kommt richtig gut also benzin von rammstein ist am start geht mal hoch los geht mal los und teste diesen durfte und einigen von euch werter gefallen einigen nicht aber übertreibt es nicht mit eurer meinung alles klar leute also reinhauen